Herzlich Willkommen zu einem neuen Duftenverkotzung. Heute machen wir das fein ausgepackte Team Brew. Verzeihung, dass nun so viel auf einmal kommt. Mittlerweile hatte ich eine gelegentliche Verzögerung von 4 Tagen. Ich war nicht daheim. Entschuldigen Sie mir dies. Das lag eigentlich nur damit zu tun, dass ich jetzt mehr Content bringen kann. Vielen Dank. Nun schenken wir uns das feine Gesäf ein. So, macht man das. Und nun fasten wir das mit einem Strohhalm. Ich finde die Öffnung nicht. So wie immer. Kennt man nicht anders von mir. Dafür bin ich bekannt. Ja! Das schmeckt leicht nach Wurst. Ist mir aber auch Latte. Denn immerhin kann ich meinen Finger zum Umrühren benutzen. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.